Hallo ihr Lieben, na alles gut bei euch? Ähm ja, wie ihr sehen könnt, fangen wir gleich wieder an, Kokos Bay zu spielen. Heute habe ich vor, ein paar Belagerungsschlachten zu machen mit euch und hoffe, dass wir vielleicht mal ein paar XP auch einfarmen können, um halt endlich mal die kaiserlichen Schwerwerfer zu holen. Weil irgendwie müssen wir ja mal die Einheiten von dem Paar aufs Ball aufpumpen, so kann es einfach nicht weitergehen. Woll, aufpumpen, vielleicht sollte ich das hier rausschneiden, warte ich mal ganz kurz. Nee, auf jeden Fall, ja, wir müssen auf jeden Fall die Einheiten aufwerten und ich würde sagen, nach dem Intro, ah, schon wieder, muss wieder rausgeschüttet werden, scheiße, warte kurz. Bevor wir das Video das gleiche endgültig starten, kann mir jemand mal erklären, wie ich bei so einem Territorial-Schlachtzug mitmachen kann. Ihr werdet gleich sehen, was ich da habe, aber ich komme da halt einfach nicht klar, aber seht selbst. So, wie immer, erst mal die ganzen Sachen abklappern, wir gehen eine Belohnung, ein paar Marken, auch Tagesklar machen wir natürlich nicht, die Aktivitäten haben wir nicht genug. Ha, oh. Oh, drücken wir mal O, bitte, Aktivitäten, Saisonbelohnung, abschließen, dadadadada. Und ich sehe gerade, unser Lehen wird angegriffen. Okay, warum wird dieses Lehen angegriffen? Das ist für ein Territorialkrieg statt. Unsere Units, was ist da los? Anheuern, wir können wieder das Anheuern, was können wir denn heute mitnehmen? Welche sind, ah, Schildmaiden, oder was haben wir hier, die komischen Ritter der Kevthulen. Komm, wir nehmen die Schildmaiden, oder meiden, oder was auch immer. Badum, die letzte Mal, glaube ich, gar nicht ausprobiert, ne, in der Strategie. So, dann gucken wir mal, wir haben einmal die Kollegen, sie, aber die können wir gar nicht mehr mitnehmen, schade. Ist schon zu teuer alles, weil die halt zu teuer sind. Bogenschützen, wo haben wir denn meine Kassen, da sind sie. Dann gucken wir nach oben, müssen wir einmal hier die, was sind die mit dem Stock, wa? Einmal hier die Pekingäre, die Schnaschnasen, genau, und ja, dann haben wir jetzt mal alles. Wir gucken mal, dass wir damit in den Krieg ziehen, in den Kampf. So, wie können wir jetzt an der Territorial Schlacht teilnehmen? Guck ich mal kurz mal rein, obwohl ich da Belagerung machen wollte. Regeln, informieren und los. Und schlachten. Geht nicht. Ich bin raus aus der Schlacht, warum denn das? Können wir jetzt nicht daran teilnehmen? Okay. Also jetzt stehen wir hier rum und ich habe keine Ahnung, ich kann nicht daran teilnehmen, ich darf hier nicht einfach rein. Was ist doch sehr schade, Stadt betreten. Aber die brennende Stadt können wir trotzdem betreten, ist das doof. Na gut, da würde ich sagen, gehen wir mal, äh, wir können den Territorial Krieg nicht mitmachen, wir machen eine Standardschlacht und wir machen, wie vorhin schon gesagt, die Belagerungsschlacht endlich. Wir können auf jeden Fall aber nicht mehr bei der Front eins mitmachen, keine Ahnung, wie das sonst gehen sollte. Und wie es ausschaut, dürfen wir hier angreifen, das ist auch schon mal gut. Und, ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit unseren Hochschützen an. Ähm, ich denke, das ist eine gute Idee, wir lassen die natürlich besser ein bisschen Abstand halten von allem und, ähm, gucken, dass sie sich dann gut positionieren, dass sie dann schön viel Schaden angeht. Weil die sind eigentlich echt geil vom Schaden, der zumindest. Ein schöner Kameraausblick, ne, joo, sehr schön, ja, so, ihr bleibt jetzt hier stehen. Ihr bleibt hier. Ich darf doch nicht vergessen, ich muss auch den Drehbock hier verwenden, ne? Dann schiebt, Jungs, schiebt. Ich muss ein bisschen höher zielen, ich ziehe, wir sind besoffener. Dann merken wir es da hinten, wir sind gut hin. Ja, uh, schöner Treffer, habt ihr das gesehen? Man kann ja auch Schussverfolgung machen, komm, machen wir, komm, machen wir mal Schussverfolgung. Hey, bumm, wieso war die jetzt so scheiße? Hm? Sehr schön. Höhe, 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 so. Juhu! Ah, oh, haben wir bis zu was weggeballert. Auch gut. Okay. Bisschen höher. Juhu! Oh, 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 oh. Leider, Feuerleben. Aber ich glaube, wir können, wir können jetzt hier raus und mal mit in den Angriff gehen. Das ist so. Ich glaube, die kommen so durch, ohne dass sie, dass es funktioniert, dass sie keine Probleme haben. Sehr gut. Ich bin zu spät raus. na los kommt meine schlarschnasen wie kriegt das schon irgendwie hin na los und wir können aber hier was aufstellen na los wunderbar haben wir doch schon mal hier schon ein bisschen platz geschaffen und meine domine machen vorne sehr viel gut hier ist jetzt ich muss hier weg ich werde wieder tot hier ist jetzt schon mal ein guter schaden gemacht war unterbrochen so wie ein und zog und dann wurde ein paar juni zum angriff ja nämlich gar nichts wird aber auch langsam mal extra einnehmen und haben welche problem dann wird das hier nicht so geil dann nehmen wir die bogenschütze wieder davon haben wir noch ein bisschen na los na los oh nein die sterbe die fliegen okay das war es alle boges im weg nicht so geil einer war da okay wir kommen gar nicht durch das ist traurig das ist wirklich traurig aber was willst du machen sie schießen sekundern wie ich da hingestellt habe das schon mal sehr gut die leute wollen die wollen nicht irgendwie das gefällt Was? da muss man sich mal rein das wird es echt nicht mehr hier zu passiv war aus hoffen wird wieder tot wollen wir auch nicht ok das war's ich musste mich aber auch irgendwie mal drauf gehen weil ich hatte keine units mehr gut vorher mal die maiden aus der euch noch nie gespielt was für ein toller triebock sehr gut wir gehen mal nach von oben wieder rein kann ich vielleicht auch wunderbar den triebock einsetzen so traurig wir haben nicht mit den ersten punkt dann sprach der der jetzt die treppen hochreiten kann ordentlich ich bin zu doll drin oha jetzt die paladine der sammertroy haben mich gerade sehr leicht platt gemacht eine feldschlacht zu vergessen das war schon ich bin auch schon raus aus dem ding ich brauche gar nicht jetzt weitermachen immer vor 50 abging zeit und dann geht es das spiel zu ende thema durch aber wir haben was beim wieder bekommen ein pokal kriege ich bin und da gucken wir mal rein was dürfen wir denn machen schönes was können wir denn holen wir können uns wieder bei juni zollen auch haben wir glück nein wir natürlich kein glück wir haben ja nur schrott bekommen gut territorial schlacht ist zu ende würde ich behaupten ich guck mal kurz ja ich habe gedrückt ich glaube das ist wirklich schon durch das ding mal hier ist nichts mehr mehr verteidigt die stelle brennt nichts mehr als alles sauber was ziemlich gut ist aber bevor ich sagen wir weiter machen wir die nächste überlagerungsschlacht hoffe dass wir die gewinnen wenigstens war ja echt die katastrophe darfst du niemandem erzählen und es geht los 5 4 3 2 1 so wir dürfen wieder angreifen wo man verteidigen habe ich das gefühl dass du mal irgendwie leichter wo schützen vielleicht ein bisschen später starten das war jetzt glaube ich nicht so clever von mir mit den anzufangen den quark hier in der stelle erspare ich heute einfach ok ok ihr bleibt mal hier stehen jungs möchte dass die angegriffen werde ich brauche euch das jetzt wenn ich die stärksten units keine frage aber trotzdem muss man jetzt nicht unnötig verlieren und wir fliegen noch mal mit ja sehr gut voller wicht hatte keine chance ein bisschen höher dann kann man vielleicht noch mal ein ballern in dem scheiß ding wir machen das ding kaputt da 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 nein schade der so knapp vorbeigeflogen habt ihr das gesehen na hier noch mal so flach ok können wir noch mal jeder erster der typ so flach dafür ist ein wir bekommen wir kommen jetzt immer weg können wir können nämlich jetzt ein heute haben wir treffen na los was haben die denn dabei wo das weiter war haben gut mitgehalten ist können wir die bogenschütze nehmen zwar ein bisschen platz geschaffen und dann können wir dahin sein natürlich tatsächlich die die herren die 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 sie die nicht dass das das die sehr schön geht sehr gut sehr schön ich habe zwar im blut ja sehr gut was das ungeheuerlich müssen wir langsam zwar vorbewegen ist wenn man ganz praktisch wir halten uns wieder an die kämpfen zu sehr sehr gut ok da kommt da so ein typ weißt du und er meint er könnte mir mal so richtig schön richtig schön in die fresse reinhauen verstehst du aber ich lasse nicht mit mir machen verstehst du das ich hau dem selber mal eine rein ja was mache ich ich hau dem selber eine rein ja normalerweise haben die dann genug aber wenn nicht weißt du dann musst du noch richtig schön ich zeig dir jetzt mal pass mal BAM den haben wir platt gemacht aber wir haben keine unitfähigkeit hier wurden alle platt gemacht da hinten so es sind noch zwei minuten 24 und wir haben nicht mehr von ganz wir kämpfen einfach nur blöd kann das sein vergiss es jetzt ist keiner da hä ah ist hier oben alles schon tot oha nicht schon wieder weg 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 also ich werde tot kommen raus 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 und ich habe die gesehen ja sie mich hier oben und nicht da unten also die maiden sind ja wirklich kacke die sterben irgendwie ganz schnell aber oder ist jetzt einfach nur falsch halten keine ahnung mann 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 die alles verteidigen den ersten punkt eingenommen vor traurigheitlich heilen wir uns hoch Ja, heilen wir uns. Süß. Soha. Oh, das ist traugisch. Ist das traugisch. Wieder verkackt. Oh, Alter. Achso, und falls du das nicht getan hast, dann like doch mal das Video und hau doch mal auf den... Bam! Einfach so reinhauen. Reinhauen. Dankeschön. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich hier das Ganze. Und hier schauen wir mal rein. Nein, 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 Kraftprobe. Shenji gradadierer. Oh. Noch irgendwas? Kraftprobe? Nee, das war's. Das war jetzt gerade wirklich sehr, sehr traurig alles. Wir haben hier irgendwie noch eine Schüssel, die müssen wir hoffentlich irgendwann mal einsetzen können. Das wäre ganz toll. Ansonsten hätten wir eigentlich immer eine Vorlage für eine gewöhnliche Waffe oder für eine ungewöhnliche Rüstung. Komm, wir probieren mal unser Glück und Spiel. Und noch was, bevor wir hier aufhören für heute. Wo ist denn der Schmied? Der Schmied ist da oben. Habe ich genug Materialien? Ich hoffe doch. Aber zur Not halten wir mal kurz bei der Apothekerin ab. Auf die bin ich ja nicht so gut zu sprechen. Mal gucken, wie sie reagiert, wenn ich komme. Warte mal. Wo ist denn die Apothekerin? Mal gucken, wie sie reagiert. Super, haben wir eingekauft. Aber habt ihr gesehen, auch wenn sie uns angeschrien hat, wir konnten was bei ihr kaufen. Okay, wir sind jetzt hier beim Schmied und komm, wir gucken mal, dass wir was basteln können. Wir haben eine grüne Vorlage. Einmal eine Waffe, dürfen wir noch machen. Warte, das ist doch, glaube ich, feil. Ich bin hier feil drin. Ich will hier was machen. Materialien wiederverwerten, Helden und Waffenrüstung, war doch richtig. Genau. Waffen, aber ich möchte gerne die Axt haben. Dann gibt es hier einen Rabenschnabel. Mir fehlen Nieten fehlen mehr. Scheiße, wo kriege ich denn die her? 20.000. So viel habe ich doch gerade mal, ne? Oh, die Schweine. Man hat sich jetzt mal erledigt, wie sieht das aus der Rüstung aus? Ne. Aber ach, genau zu wenig Nieten. Ach, die gehen wir mal wieder bei Wiederverwertung von Ausrüstung. Dann komm, wir haben ja hier ein bisschen was übrigiges. Und wir brauchen hier einmal den Folterer, können wir backhauen. Dann haben wir einen geliebsten Rabenschnabel, der war nämlich besser. Mal gucken, ob wir unsere Nieten rauskriegen. Nope. Ne, aber hier kriegen wir Goldstaub. Wollen wir doch auch mal Goldstaub kaufen können. So. Okay, Nieten gibt es keine. Aber dann hat sich das erledigt mit dem Craften für heute. Das ist mir leid. Dann würde ich sagen, was ist für heute an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir sehen uns zunächst mal wieder. Machs gut. Bis dann. Dein Damir a.k.a. Bierenkoate. Adio. Ciao, ciao. Das ist eine Die Linke hab. Das ist eine Die Linke hab. wondered why. Wenn und für heute auch, ich denke mir hier so. Ich denke, ich bin interessant, diese Kleine. Ich finde, ich glaube in den Preis. 勉bste ich die Läuke. Das ist eineら, Lazę Art Museum und佐 disappointing. Ich mache mal tan rápido. Ich brauche, letztend Binnen FM in поним Hotel. Und am liebern go extinct. Und ich Operations habe nochmal passt. Vielen Dank.